So, ein weiteres Intermezzo. Es war mir egal. Das Schicksal anderer hat mich nicht interessiert. Alle sagten, Geschäft ist Geschäft und die Familie hält zusammen. Anders als alleine zu leben und niemand gibt einen Cent um dein Leben. Plötzlich wirst du von allen Leuten, die du triffst, respektiert. Jeder weiß, dass du ihm helfen kannst, aber ebenso gut sein Leben zerstören kannst. Und jeder versucht, sich bei dir beliebt zu machen. Und was ist mit der Polizei? Sind die einfach wieder abgezogen nach so einem Massaker? Einfach so? Hatten sie keine Probleme damit? Sie sind Polizist. Sie sollten's wissen. Sie wissen, dass die Mafia die ganze Stadt kontrolliert. Die Salieri-Familie verdient jedes Jahr über 25 Millionen. Die Zeitungen waren voll davon. Aber niemand hat etwas gesehen. Wenn ihm sein Leben lieb war. Wir haben den Bürokraten sechs Riesen im Monat gezahlt. Ihre Bosse bekamen Alkohol zum Einkaufspreis und zusätzlich Prämien von Salieri und Morello für besondere Jobs. Verfahren eingestellt. Aus Mangel an Beweisen. Die Bullen haben für uns ganze Lieferungen Alkohol transportiert. Ich nehme an, sie haben etwas davon gehört. Und was war mit ihren zwei Freunden? Denen ging es besser, als man denken sollte. Salieri hatte einen guten Arzt für seine Jungs. Der hat niemals zu viele Fragen gestellt. In ein paar Wochen waren sie wieder gesund und munter auf der Straße. Der einzige, der uns Sorgen gemacht hat, war Morello. Er wollte der große Fisch sein. Das konnte Salieri nicht zulassen. Salieri hatte nicht vor, die zweite Geige zu spielen. Wissen Sie, ein Mann wird ein Dorn, weil er gierig nach Macht ist. So ein Mensch kümmert sich nur um seine eigenen Gesetze. So läuft der Hase, Detective. Und so ist er sein eigener Boss. Unabhängig von der Polizei, vom Staat, von allem. Deshalb wird ein Mensch zu einem Dorn. Salieri und Morello wollten beide alles. Sie haben sich immer gegenseitig bekämpft. Aber sie wussten beide ganz genau, was auf dem Spiel stand. Der große Unterschied zwischen ihnen lag in ihren Methoden. Ich habe eine Geschichte über Morello gehört. Es tut mir leid, Sir. Ich wollte das nicht. Weißt du, was du getan hast? Weißt du, was so ein Wagen kostet? Ich bin langsam gefahren, Mr. Morello. Ich weiß nicht, wie... Willst du etwas sagen, dass ich in deinen Wagen gefahren bin? Äh, nein, Sir. Ich wollte nur... Ich wollte... Es ist... Nein, Sir. Kein Bastard fährt mir in den Weg. Nett. Salieri hat sich als Geschäftsmann Respekt verschafft. Jeder wusste, dass er nichts vor ihm zu fürchten hatte, solange man tat, was er wollte. Sie wussten, dass sie zu Mr. Salieri kommen konnten, wenn sie etwas brauchten. So hat sich Salieri Freunde gemacht, hat oft Leuten bei verschiedenen Problemen geholfen und hat das Gleiche von ihnen erwartet. Wenn ihnen jemand hinterging, brach er eine eiserne Regel. Und jeder wusste, was passieren würde. Morello war nur ein mieser Bastard. Er hat seine Macht mit Gewalt aufgebaut. Selbst seine Freunde hatten Angst vor ihm. Die meisten haben versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Hör zu, Tommy. Ich habe einen riskanten Job für dich. Ich wüsste keinen besseren für den Auftrag als dich. Du bist ein guter Fahrer und du hast Erfahrung. Also, kurz gesagt, morgen fahren die besten Wagen ein Rennen auf der Rennstrecke. Und ich habe auf einen Jungen gebettet, der bislang einer der Favoriten war. Ich habe ihm bei seiner Karriere ein wenig geholfen. Ich mag schnelle Autos und habe mir gesagt, dass ich bei dieser Investition etwas verdienen könnte. Du verstehst. Jetzt sagt Ralf mir, dass irgend so ein Europäer rübergekommen ist, dessen Wagen mit Sicherheit gewinnt. Ralf kennt Autos. Dafür hat er ein Händchen. Aber sonst ist er ein kompletter Idiot. Hätte er das nicht sagen können, bevor ich auf den Jungen gewettet habe? Aber trotzdem, was zum Teufel hat ein Typ von Gott weiß wo hier zu suchen? Das sind amerikanische Rennen. Der Konzil Järi hier und ich haben überlegt, was man tun kann. Weil viele von unseren Jungs auch auf ihn gewettet haben. Und bestimmt nicht glücklich sind, wenn sie alles verlieren. Und wie würde ich dann dastehen? Wie ein Vollidiot, Tommy. Das kann ich nicht zulassen. Wir haben den Konzil Järi gefragt, was wir tun sollen. Wenn ihm etwas zustoßen würde, das wäre nicht mein Stil. Kein Fair Play. So kann ich meinen Sieg überhaupt nicht genießen. Ralf hat gesagt, er kennt jemanden, der die Werkstatt auf der Rennstrecke bewacht. Dahin gehst du heute Nacht und bringst den Wagen von diesem Europäer zu einem Mechaniker. Der kennt sich mit solchen Maschinen aus. Er kümmert sich um ihre und dann verbessert er unsere. Sobald er damit fertig ist, bringst du den Wagen zurück. Es ist wichtig, dass der Wagen wieder zurück ist, bevor es jemand bemerkt. Und fahr den Wagen bloß nach zu Schrott. Oder lass dich von den Bullen schnappen. Verstanden? Ja, Boss. Wenn du das schaffst, kriegst du natürlich einen Teil des Gewinns, klar. Jetzt geh. Ralf sagt dir, was und wo. Mit Ralf reden, ja? Ja. Wo ist er denn? Da ist er nicht. Da steckt er. Unter dem Auto. Wo auch sonst. Hey Ralfi, weißt du was Genaues über diesen Job? Sicher, Tommy. Du musst zur Rennstrecke fahren und dir den Wagen dort ausbauen. Mein Freund Bobby arbeitet dort. Geh hinten rum und auf dem Weg ist das Torhaus. Sag Bobby, dass Ralf dich geschickt hat. Dann führt er dich zum Wagen. Das ist mit ihm so ausgemacht. Und dann? Du musst ihn nur in die Werkstatt von meinem Freund Lucas Bertone bringen. Die ist in Newark unter der Giuliani Bridge. Er wird sich ansehen und ein wenig dran rumschrauben. Dann bringst du ihn wieder zurück. Sollte ein Kinderspiel sein. Aber du musst vor 1.15 Uhr fertig sein. Dann wechseln die Wachen und könnten bemerken, dass jemand in der Nacht mit dem Wagen fahren ist. Darf nicht der kleinste Kratzer dran sein? Und geh den Bullen aus dem Weg, die dürfen dich nicht erwischen. Und wie komme ich da hin? Natürlich mit dem Wagen, der unter dem Welldach steht. Also ich habe hier was Neues. War keine große Sache, einen mitgehen zu lassen. Hier, steck einfach ein Draht hier rein. Dreh ein bisschen und du kommst rein, wo du diese beiden Kabel verbinden musst. Ja, das dürfte kein Problem sein. Danke, Ralfi. Und spar bloß nicht am Benzin, Tom. Ja, am Benzin brauche ich auch nicht sparen, wenn der Tank voll ist. Eine Runde Fairplay. So, wollen wir mal. Dieses Mal werde ich aber vorhinshalber nicht mit den Tempomaten fahren. Dann muss ich halt einfach mal die Augen offen halten. Nach kleinen blauen Strichen auf dem Radar. Wenn, dann muss ich halt meine Vollbremsung hinlegen, falls da welche auftauchen. Und falls es Fußstreifen sind, die mich sehen, fahre ich einfach schnell genug weiter, damit sie die Aufmerksamkeit verlieren. Das ist mir sicherer. Upsa. Hallo. Entschuldigung. Fuck. Ja, Mann. So, nehmen wir mal eine kleine Abkürzung. Und zwar ist sie hier. Ist auch ganz gut eingezeichnet. Pop. So eine richtige Abkürzung ist es natürlich nicht. Also, viel sparen tut man da nicht. Allerdings habe ich es ja jetzt halt mal gezeigt. Und auf dem Rückweg nehmen wir dann die normale Strecke. Lost Heaven Racing Circuit. Ja, also. Es geht nicht. Muss ich auch noch aussteigen oder was? Das hätte er mir auch am Fenster sagen können. Beeilung, Beeilung, Beeilung! Beeilung, Beeilung! Okay, wir sind da, Kumpel. Los jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Ja, dann beeil dich doch mal, wenn wir nicht viel Zeit haben. Wo bist du denn? Wir haben nicht viel Zeit. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm, dumm. Na, uff. Schönes Teil. Okay, ist es der? Ja, Kumpel, aber Vorsicht. Der Schlitten darf keinen Kratzer abkriegen. Und geh dem Bullen aus dem Weg. Die Karre ist echt auffällig. Stimmt. In ungefähr einer halben Stunde kommt die zweite Wache. Bis dahin musst du zurück sein, Kumpel. Und sei vorsichtig. Die Karre geht gut ab. Ist vielleicht der schnellste Wagen der Welt. Wer weiß. Klar, Bobby. Kein Problem. Das schaffe ich in einer halben Stunde. In einer halben Stunde den Rennwagen zu Lukas bringen. Und wieder zurück. Und dran rumwerkeln. Na gut. Ja, die Karre geht wirklich sehr gut an. So, jetzt schon 135 drauf, 140, 150, wo ich mit den anderen vielleicht 75 drauf gehabt hätte. Fahren wir doch mal, fahren wir doch mal, fahren wir doch mal. Upsa. Ein paar lang. Öh. Mh. Fuck. Ja, wie man merkt, die Karre ist nicht nur schnell, sondern auch schwer zu kontrollieren. Und ein Bums und schon über 50% Schaden kassiert. Gut, das war jetzt ein etwas kräftigerer Bums. Aber, äh, ja. Uh. Aus der Kurve raus Vollgas geben. Ist auch keine so gute Idee. Aber, wird schon gehen. Wenn nicht, dann fährt man halt nochmal. Uh. Auf der Kurve rauskriegen. Das ist aber nett, dass die Ampel gleich drüben gewohnt ist. Das hat sie bestimmt erschrocken. So, einmal ein kleiner Autounfall, mit Krankenwagen, ohne Polizei. Halt, halt, halt! Galle! Hallo, Sie kommen von Mr. Salieri, stimmt's? Ich bin Lucas Bertone. Ich bin Tom. Man sagt, Sie können diesem Monster seinen Biss nehmen. Ich denke schon. Dann machen Sie sich mal an die Arbeit. Wir haben nur noch 27 Minuten. Ah, das ist nicht viel Zeit. Mal sehen, was ich tun kann. Sie können sich ein wenig ausruhen. Was soll ich auch sonst machen? Hey, wie sieht's aus da drin? Bin gerade fertig. Sie können los. Ja, aber Sie müssen sich beeilen. Er fährt nicht mehr ganz so gut wie auf der Hinfahrt. Danke. Mr. Salieri weiß Ihre Arbeit zu schätzen. Sicher, richten Sie meine Grüße aus. Sollte er mal wieder etwas brauchen, würde ich ihm sehr gerne helfen. Ich habe auch auf seinen Fahrer gewettet. Gut, dann wollen wir mal auf der Straße bleiben. Auch damit wir es versuchen. Noch mal wieder ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Fahr'n wir denn mal lang? Oh fuck! Yo! Gerade noch so abgefangen. Haha, als wenn das können gewesen wär. Aber ich verkauf's einfach mal als können. Uh! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh! Oh! gefahren, naja, wie gesagt, das waren wir hier dann. Auch mal schön eine andere Strecke zu sehen. Ich bin bei dieser Mission allerdings hier noch nie lang gefahren, fällt mir gerade ein. Ein, auf, egal, ihr wisst, was ich meine. Untertitelung des ZDF, 2020 Einmal 165 aufs Parkett legen, das wird nicht. Du hast es also geschafft, Kumpel, und der Wagen hat nicht einen Kratzer. Danke, Bobby. Ja, ja, nicht einen Kratzer. Das war wirklich der schnellste Wagen der Welt. Ein Glück, dass du es geschafft hast. Ich habe auch auf den Wagen vom Don gewettet. Das haben anscheinend alle. Ich habe darauf gewettet, wie fast jeder in meiner Nachbarschaft. Schätze, der Fahrer ist auch ziemlich wichtig. Klar, naja, ich will dich nicht aufhalten. Gute Nacht. Bis dann, Bobby. Danke für die Hilfe. Ähm. Wenn man diese Karre gefahren ist und wieder in dieses Auto einsteigt und losfährt, wirkt das ganze Ding noch langsamer. So, wir haben jetzt erst 90 Gramm Haar überschritten. Äh, da waren wir mit dem anderen schon bei 130. Jetzt haben wir 105, da waren wir mit dem anderen schon bei, was weiß ich, bei 140 oder sowas. Dagegen wirkt diese Karre so dermaßen langsam. Obwohl das auch schon nicht die langsamste Karre in dem ganzen Spiel ist. Na ja. Huh. Oh. Hier schaffen wir es nicht über 110 hinaus. Da fahren wir mit dem anderen einfach mal so aus dem... Hallo, lenken? Oh, haben wir halt einen Scheinwerfer weniger. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Und entschuldigt übrigens, dass ich öfters mal auf die Karte gucke. Ähm. Ja. Ich weiß nicht. Manchmal habe ich eine Orientierung wie der Bockwurst. Und ich möchte euch nicht mit Rundfahrten langweilen, weil ich mich verfahren habe oder so. Oh, hupen kann ich auch. Ich bin ja schließlich auf der Hauptfahrstraße. Hauptfahr-Straße? Vorfahr-Straße. So viel zum Thema. Ich kann nicht mehr richtig reden. Die Katze quält sich hier immer noch. Ja. Ja.